Hallo zusammen! Ich habe heute wieder eine sehr interessante Verteilung mitgebracht. Die Rätselfreunde unter euch kennen das Spiel seit zwei Wochen, Rätselnummer 59. Beim Skat kommt der Wind immer von vorne, geht auf eine Idee von Thomas Kinnback zurück. Jetzt aber unabhängig davon, ob ihr Thomas kennt oder ob ihr regelmäßig in der Skat-App die Rätsel erknobelt, ist das eine Partie, die wir uns einfach mal anschauen sollten, denn da lässt sich das eine oder andere rausziehen. Was also ist passiert? Ihr schaut in Vorhand erstmal in ein riesen Blatt, eine absolute Keule von Spiel, so sieht das aus. Zwei Buben mit dem Kreuzbuben und dann Ass 10, Ass 10, noch ein Ass dabei, nicht mal ein Bild in der Abgabe. Mittelhand sagt noch 18, haltet ihr natürlich, dann seid ihr auch schon Besitzer und schiebt selbstverständlich umgehend den Skat zur Seite und annonciert krank Hand. Bube wird aufgeschlagen, in der Hoffnung natürlich, dass die Buben verteilt kommen und dann sogar ein Schneider drin ist. Es fällt hier aber erstmal nur ein Bube. Ja, und jetzt habe ich natürlich auch so Kommentare bekommen zu dem Rätsel. War eins der leichteren Rätsel sofort beim ersten Mal gelöst und das ist vielleicht hier gar nicht das so sensationelle, dass dieses Spiel zu gewinnen ist, das erscheint ja vom Bauchgefühl ganz logisch. Interessant ist eigentlich, wie knapp kann das Ding werden und dass es mit einer leichten Unschärfe plötzlich allen Ernstes verloren werden kann. Das ist hier, finde ich, die Erkenntnis und das ist was, was die richtig guten Skatspieler ausmacht. Die haben so eine gewisse Art von Paranoia oder auch so eine Witterung für die Gefahr. Die versuchen immer erstmal zu checken, ist das Spiel denn eigentlich unverlierbar, kann hier überhaupt irgendwas anbrennen und das ist vielleicht die erste interessante Geschichte, die wir uns mal anschauen können. Was kann hier eigentlich im schlimmsten Fall passieren? Also im schlimmsten Fall stehen die Buben zusammen, das haben wir hier schon mal. Dann wird hier vielleicht, ja, ein Ass abgestochen, sagen wir mal Kreuz Ass wird gestochen, Bube Kreuz 10 rein, 23, auf Karo fallen auch die 21 im schlimmsten Fall, 44 und dann sind maximal noch zwei weitere Stiche abzugeben, wo aber gar kein Voller mehr draußen ist, also können da höchstens noch vier Könige drauf fallen. Vier Könige macht 16 Augen, also 44 und 16. Es sind potenziell, wenn es richtig dumm läuft, 60 Augen möglich. Das ist also erstmal so das, was die Top-Leute immer sehr schnell machen, wenn sie so eine Karte haben. Nennt sich Verlustrechnung. Erstmal versuchen zu verstehen, was können die Gegner maximal bekommen. Und die Frage ist jetzt natürlich, können wir irgendwie verhindern, dass die Gegner diese vier Könige auch noch bekommen, wenn die Karte überhaupt so schlecht steht? Und die Antwort ist natürlich ja. Aber es geht auch eben sehr schnell, dass, wenn wir diese Gedanken uns gar nicht machen, mit einer falschen Zugfolge das Spiel gegen eine gar nicht so super extreme Gegenverteilung verloren wird. Und das führe ich jetzt mal hier einfach mal vor. Was kann also passieren? Wir starten jetzt natürlich über die Dörfer, wo die Jungs in einer Hand sitzen. Und es kommt natürlich so ein bisschen auf die Reihenfolge an. Es gibt hier natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann mit dem Kreuz-Ass starten, Herz-Ass, Pik-Ass vielleicht auch mit einer 10. Ich lege jetzt nur mal eine Möglichkeit hin, was schief gehen könnte. Wir starten vielleicht erst mit dem Herz-Ass. Bekommen hier zwei Herzen. Denken uns schon, wo eben die Herz luschisch lief. Und jetzt die Dame fällt, dass Herz 10 nicht so gefährdet ist. Und jetzt greifen wir vielleicht hier in die nächste Farbe rein. Pik-Ass, Lusche, Lusche. Und es ist ja ein relativ natürlicher Reflex, jetzt erst mal zu testen, kommt hier der Doppelläufer in Pik. Aber sagen wir mal, wir ziehen erst mal die Herz 10 hin. Wird auch bedient. Da kommt Abwurf Kreuz-Dame. Damit sehen wir vielleicht auch für Kreuz gar nicht so eine Gefahr. Und jetzt wollen wir eben mal gucken und ziehen hier die Pik 10. Und das ist jetzt ein Moment, wo wir plötzlich das Spiel an die Wand gefahren haben. Pik 10 wird nicht gestochen. Das ist entscheidend. Denn die Gegner, das hatten wir ja vorher schon ausgerechnet, brauchen, um auf 60 zu kommen, tatsächlich ein Ass. Der Spieler hier könnte jetzt auch eine blanke Kreuz-Lusche verfallen lassen. Aber in der Verteilung, die hier vorliegt, hat er womöglich gleich gar kein Kreuz. Lässt die Pik 10 laufen. Ja, und jetzt greifen wir natürlich in das Kreuz Ass. Und damit denken wir, sind wir locker zu Hause. Aber es kommt natürlich, wie es dann kommen muss. Kreuz Ass wird gestochen. Die 10 geht rein. 23 Augen. Und der Spieler hier muss jetzt nicht mal super scharf spielen. Er muss nicht etwa gleich die Karo 10 bringen. Es langt, wenn er eine Übergabe mit dem Bild spielt. Karo König, Karo Ass, Karo Lusche. 38. Ja, und jetzt ist eben das Entscheidende, das Spannende, dass tatsächlich die Könige völlig, ohne dass wir da was dagegen tun können, alle nach Hause gehen. Also auf den Pik König müssen wir bedienen. Und es geht der Herz König rein auf 46. Und auf den Kreuz König geht dann hinten der letzte volle rein. Und plötzlich haben wir allen Ernstes hier 60 bekommen. Und das ist natürlich eine Geschichte. Im Rätsel nimmst du es einfach nochmal zurück oder machst es noch ein zweites Mal. Ziehst in einer anderen Zuchtfolge die Vollen und gewinnst. Aber am Skattisch, in echt, hast du vielleicht im ganzen Leben das Spiel nur einmal. Und das ist ein Spiel, das du natürlich nie, nie, nie verlieren willst. Und wenn du es eben richtig vorträgst, auch nicht verlieren musst. Dazu nehmen wir jetzt einfach nochmal die Karten zurück und schauen uns an, was wir anders machen können, um diese Niederlage zu verhindern. So, da sind wir wieder mit der Verteilung jetzt einmal komplett offen. Was wir sehen können, darauf hat Mittelhand 18 gesagt. Und die Karte ist jetzt nicht mal spektakulär, krumm oder lang oder irgendwie ungewöhnlich. Er hat halt hier 6 Trumpf in Cairo, kann man mal 18 sagen, muss man auch nicht mehr sagen. Hinterhand hat ein völlig harmloses Blatt. In dem Fall haben wir im Skatt eben 2 Kreuzluschen. Haben wir aber gesehen, war nicht mal unbedingt zwingend nötig. So, wenn der Vortrag von hier falsch getätigt wird, dann kann der Spieler hier womöglich sogar noch eine Kreuzlusche abwerfen. Also, was müssen wir eben machen, um hier den Sieg zu erzwingen? Und das ist an sich das Interessante. Auch wenn man es in die Analyse eingibt, das Spiel steht gerade mal auf 61. Mehr ist hier nicht zu erzwingen. Und das finde ich einfach ganz interessant. Bei so einem Blatt würde man denken, dass das eine klare Geschichte ist. Und das ist genau die Gefahr, wenn du so in so einen Autopiloten-Modus gehst, die Sensoren für Gefahr quasi abstellst, einfach glaubst, das Ding ist von Haus aus gewonnen, dann kann dir ganz schnell so eine ärgerliche Geschichte passieren. Und da kannst du, also ich kann mich da, ja, stunden, tage lang kann ich mich ärgern, wenn so ein Unglück passiert, weil es natürlich erstens richtig viele Punkte kostet und weil es eben, wenn man drüber nachdenkt, vermeidbar ist. Und das sollte deswegen immer vermieden werden. Also, wir hatten es gesagt, 60, wenn es, wenn die Gegner alle Punkte rausholen, die sie bekommen könnten, aber wir können das verhindern, indem wir in der richtigen Zugfolge zugreifen. Und dann können wir eben einen König kontrollieren und als erstes mal sicher absolut in Ordnung, hier die Herzen abzuspielen. Herz Ass und auch Herz 10, wenn etwa Herz 10 gestochen wird, dann passiert auch nichts, dann fehlt schon das Auge. Und wenn Herz Ass gestochen wird, haben wir eben noch die Geschichte, dass wir in, kommen wir gleich zu, dass wir in Pik auf Jagd des Königs gehen, auf in Pik den König jagen können. Das ist hier letztlich die komplette Erkenntnis. Wir haben hier quasi zwei bestellte Luschen, geschützte Luschen, kann man auch sagen. Aber in der, die Kreuz Lusche, da ist der Schutz nicht viel wert, denn das Ass wird uns abgestochen und dann wird die Übergabe in Karo gespielt. In Pik ist es etwas anders, da haben wir nämlich die Zugriffsmöglichkeit auf den König und deswegen können wir wohl jetzt, müssen wir jetzt auf jeden Fall das Kreuz Ass eben ziehen, bevor wir das Pik Ass ziehen. Denn wenn wir das Pik Ass gezogen haben, nein, so ist es falsch, wir können jetzt auch noch das Pik Ass ziehen. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall das Kreuz Ass spielen, bevor wir die Pik 10 spielen, denn damit bleiben wir, erhalten wir uns den Zugriff auf den Pik König. Wenn wir jetzt das Kreuz Ass eben vor der Pik 10 spielen, dann kann nichts passieren. 23, wie eben gesehen, Karo König rüber, König Ass bedient. 34, 38, Kreuz König, Lusche, Herz König. Genauso 46 wie eben auch, aber jetzt kommt der kleine, aber feine Unterschied. Die Gegner müssen jetzt selber antreten und in Pik kann der König nicht den Stich machen, beziehungsweise wenn der König kommt, dann nehmen wir die 10 raus und wenn die Dame kommt, dann können wir eben hier noch einmal tauchen und es fällt die 10 nur auf 59. Ja, also Verlustrechnung steckt drin, richtiges Abzucht der Vollen steckt drin, die Luschen beobachten und vor allen Dingen die Sensorik für Gefahr ist eine ganze Menge, was beim Skat eben immer schief gehen kann. Es kann sein, dass du keine Karten kriegst, es kann sein, dass du nicht ans Spiel kommst und es kann eben, und das ist somit das Schlimmste auch passieren, dass du ein Riesenblatt durch eigene Dusseligkeit oder Unachtsamkeit, sage ich mal, verlierst. Das sollte man vermeiden. Ja, dann bin ich damit durch für heute. Freue mich, dass ihr dabei wart und möchte mich auch einmal ganz herzlich bedanken für die jüngsten Unterstützer aus dem Mai und aus dem Juni. Ulrich Laun, Wolf Ulrich, Ralf Schreder und Johannes Arnst. Vielen Dank für diese Unterstützung, eine Wertschätzung, die ich sehr zu schätzen weiß. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Morgen sehen wir uns beim Live Sense Card, wenn ihr Lust habt, ab 22 Uhr und bis dahin wünsche ich euch wie immer gut bleibt. L cap of Tag感et Rohingya Lips 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 Untertitelung des ZDF, 2020